Ich glaube, dass wir uns sicherlich jetzt sehen. Ja, aber auch was er erzählt wurde, dann sind ja unser nächstes Bundesligaspiel stattgespielt gegen Hermann Wess, aber am gleichen Tag, um 14 Uhr, findet noch ein tolles Spiel statt, und zwar in Hermann Wess, Fabian 1. Da spielte nämlich unsere Handball-Darm ihr letztes Gruppenspiel, der von Europa League, gegen... Wer war das? Wer ist? Zero von Jan. Und...